Ein Anliegen, das verfolgt uns schon ein paar Wochen. Wir müssen einen Schritt weiter kommen bei der Mission Händchen halten mit Thomas Müller. Ihr habt das mitbekommen? Ihr wisst, dass wir da sehr, sehr akribisch arbeiten. Ich war ja als Achtjähriger einmal Einlaufkind bei der deutschen Nationalmannschaft und ich wollte mit einem Idole meiner Jugend einlaufen, mit Mehmet Scholl oder Olli Kahn, aber leider wurde es dann der chilenische Linienrichter. Und dieses Trauma muss ich auflösen. An der Hand der lebenden Legende Thomas Müller einzulaufen, das ist mein Traum. Das ist der Plan für diese Staffel. Leider ist es echt gar nicht so leicht, an so einen Fußballprofi ranzukommen. Die sind komplett abgeschottet. Bis letzten Samstag, da kam ein kleiner Funke, das ich da offenbarte. Die Bayern kamen zu mir nach Köln, zu einem Spiel. Meine Chance, mal richtig nah an Thomas Müller ranzukommen. Wie nah ich tatsächlich rangekommen bin, seht ihr jetzt. Das ist der Plan von Thomas Müller. Sehr gut, dann High Five. Und schon wieder Deutsche weiß die FC nie. Ich übersetze das mal, ich glaube er ist betrunken. Wo ist die Garage? Da muss sie ja ums Stadion. Und da ist der Bus auch? Ja, da ist der Bayernbus auch. Aber freundlich, freundlich sind sie. Freundlich sind sie. Fick dich heißt in Fußballerfache. Schön, dass du hier bist. Wir empfangen dich mit weltoffenen Armen, lieber Sportfreund. Eine Frage, sind Sie Fußball-Fan? Äh, nö. Die Ultras, die Ultras hauen sie aus dem Maul. So, wir müssen jetzt in die Garage. Die wird natürlich richtig hart bewacht. Aber wenn man einfach so dazugehört und dem Secure jetzt Gefühl gibt, ich muss hier hin, das ist mein Job, dann lässt er einen auch rein. Und da, einmal müssen, einmal. Das Ding ist, dass man, äh. Das Ding ist tatsächlich reingekommen? Da hinten ist der FC Bayern Bus. Und vielleicht kann ich gleich Thomas Müller für meine Mission begeistern. Ist Thomas Müller schon drin? Als Erster. Als Erster? Ja. Thomas, dein größter Fan ist hier. Servus, hat sie noch auf 133? Servus. 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 Ich grüße mich den Thomas ganz lieb. Der sitzt hier direkt an der Scheibe. Der sitzt hier direkt an der Scheibe? Der sitzt hier vorne. Das muss man einfach nochmal hallo sagen. Da vorne. Servus. Wie geht das? Hallo Sebastian, grüß dich. Thomas Müller, grüß dich. Servus. 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 Elektrizität da, der Funk ist übergesprungen. Wenn ich dich da jetzt überrumpelt hab, dann tut's mir leid. Wir können's ein bisschen langsamer angehen lassen. Wir können vielleicht erstmal nochmal was trinken gehen. Kino oder so. Also ich bin da auf jeden Fall offen für. Thomas, gute Fahrt. Christoph� for christmasen. Ohhh!